Musik Vielen herzlichen Dank, dass ihr als PDC Europe uns hier heute besuchen kommt. Die Sophie-Scholl-Schule ist eine ganz besondere Schule. Warum? Hier werden Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam unterrichtet. Also eine Schule für alle Kinder. Wir haben hier diese Schule, die jetzt seit neun Jahren existiert, auch einen alten Bewegungsraum. Ihr habt ihn eben schon kurz gesehen. Der ist kurz vorm Auseinanderfallen. Und so haben die Verantwortlichen entschieden, dass hier eine neue Bewegungshalle gebaut werden soll, die sehr viel Geld kostet, um den Anforderungen der Barrierefreiheit zum Beispiel gerecht zu werden. Brauchen wir über 1,5 Millionen Euro, um diese Halle bauen zu können. Und sind deshalb sehr dankbar, dass die PDC uns bei diesem Vorhaben unterstützt, um dieses Geld zusammensammeln zu können. Dass die Kinder hier auch einen anständigen Bewegungsraum, gleich eine kleine Turnhalle bekommen können. Ich bin Cooper aus der Erdmännchenklasse. Ich bin neun Jahre alt und ich gehe in die Sophie-Scholl-Schule. Ich finde es mega cool, dass Peter Wright uns heute besucht hat. Ich habe vorhin gegen ihn gespielt und Peter Wright hatte keine Chance. Jeder fast Dann können Sie 있는 kofi possession. Dann habe ich es ihm Nein. 1, Intensiv, ein 880. 1, Heat 90. Oh! Gut. Gutendurch המheft.